Vorlage in Vorbocks Hochschule Träger Fetikal von Osjetzky Universität Oldenburg ist eine staatliche Universität in Oldenburg mit 13.746 Studierenden und 2.252 Mitarbeitern. Geschichte Am 7. März 1793 wurde das Evangelische Lehrerseminar Oldenburg durch Herzog Peter Friedrich Ludwig gegründet. Ein Seminargarten für die Lehrerausbildung wurde 1882 angelegt. Er wurde schrittweise zum Botanischen Garten in seiner heutigen Form ausgebaut. Er ist die einzige Einrichtung in der Lehrerausbildung des Großherzogtums Oldenburg, die bis heute erhalten geblieben ist. Die Ausbildung von Lehrern wurde durch den Landtag des Freistaates Oldenburg am 27. März 1929 durch die Errichtung der Pädagogischen Akademie in Oldenburg weiterverfolgt. Am 1. Oktober 1945 öffnete die Akademie als erste Lehrerausbildungsstätte im Nachkriegsdeutschland und 1948 folgte eine Umbenennung in Pädagogische Hochschule Oldenburg. Der erste Schritt in Richtung Universität erfolgte am 23. Februar 1959 mit dem Entschluss des Rates der Stadt eine Universität zu errichten, der am 13. März 1970 mit der Denkschrift zur Gründung der Universität Oldenburg und Osnabrück des niedersächsischen Kultusministers umgesetzt wurde. Im Rahmen der Reform und Ausweitung des Hochschulsystems am 5. Dezember 1973 gegründet wurde 1974 der Lehrbetrieb mit 2400 Studierenden aufgenommen. Die Benennung nach dem Nobelpreisträger und Widerstandskämpfer Karl von Osjetzky lehnten die Landesregierungen unter den Ministerpräsidenten Alfred Kubel und Ernst Albrecht ab. Studierende, Lehrende und andere Mitarbeiter der Universität ließen sich davon jedoch nicht beirren mit Erfolg. Mit einem Festakt am 13. Oktober 1991 wurde durch den damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder der Name im Einklang mit der Novellierung des niedersächsischen Hochschulgesetzes eingeführt. 1984 wurde das Lehrangebot um den Studiengang Informatik erweitert. Seit dem Wintersemester 2007-2008 wird neben Informatik auch Wirtschaftsinformatik als eigenständiger Studiengang angeboten. Die bis 2002 geführten elf Fachbereiche gingen durch Zusammenlegung und Umorganisation in fünf Fakultäten auf. European Medical School Oldenburg-Groningen Die Universität Oldenburg bietet nach einer positiven Stellungnahme des Wissenschaftsrates und einer Finanzierungszusage des Landes zum Wintersemester 2012-13 erstmals ein Studium der Humanmedizin an. Dafür wurde eine medizinische Fakultät aufgebaut, die in enger Kooperation mit der Rijks-Universität Groningen in den Niederlanden im Rahmen der European Medical School Oldenburg-Groningen ein durchgängigen zwölfsemestrigen Modellstudiengang nach den Vorgaben der ärztlichen Approbationsordnung mit dem Abschluss eines Staatsexamen eingerichtet. Studierende aus Groningen können einen Teil des Studiums in Oldenburg absolvieren. Studierende aus Oldenburg verbringen mindestens ein Jahr ihres Studiums in Groningen. In der European Medical School kann auch der niederländische Master of Science in Geneskunde der Rijks-Universität Groningen erworben werden, der nach Europarecht zur Ausübung der ärztlichen Tätigkeit in allen Staaten der Europäischen Union berechtigt. Fakultäten Fakultät I. Bildungs- und Sozialwissenschaften Institut für Sozialwissenschaften Fakultät II. Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften Fakultät III. Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Musik Fakultät IV. Human- und Gesellschaftswissenschaften Institut für Sportwissenschaft Fakultät V. Mathematik- und Naturwissenschaften Institut für Chemie und Biologie des Meeresfakultät VI. Medizin und Gesundheitswissenschaften Institut für Psychologie Center für lebenslanges Lernen Das Center für lebenslanges Lernen ist ein wissenschaftliches Zentrum der Universität Oldenburg, das sich mit Fragen der Weiterbildung und des lebenslangen Lernens in Forschung und Lehre befasst und forschungsorientierte sowie praxisrelevante Weiterbildungsangebote entwickelt und bereitstellt. Als wissenschaftliches Zentrum mit interdisziplinärer und transdisziplinärer Ausrichtung liegt der Schwerpunkt der Forschungs- und Entwicklungsarbeit, das C3L in der Weiterbildung an Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie dem Aufbau von berufsbegleitenden Programmen. Das C3L bietet Studiengänge zum Erwerb des Bachelor und des Master an, Business Administration in Mittelständischen Unternehmen, BWL für LeistungssportlerInnen und Leistungssportler, Bildungs- und Wissenschaftsmanagement, Master of Distance Education und E-Learning an Online-Masterprogramm, Informationsrecht, Innovationsmanagement, Risikomanagement für Finanzdienstleister, Partnerschaften. Gemeinsam mit der Stadtbibliothek der Stadt Oldenburg organisiert die Forschungsstelle Kinder- und Jugendliteratur die alljährlich stattfindende Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse. Die Euphoki setzt sich weitgehend aus Mitgliedern der Fakultät 3 der Universität zusammen. Die Universität ist Mitglied im Sokrates-Erasmus-Partnerprogramm einer Partnerschaft für den Studentenaustausch vieler Universitäten Europas. Weiterhin werden Beziehungen zu 38 weiteren Universitäten auf fünf Kontinenten gepflegt. Zur Verbesserung von Lehre und Forschung ist die Universität am Verbund Norddeutscher Universitäten beteiligt. Standorte Der größte Standort ist der Standort Hulhornsweg. Anfang der 1960er Jahre wurden die Gebäude der Pädagogischen Hochschule errichtet, die heute noch als Nebengebäude genutzt werden. In den 1970ern wurde die Universität durch zwei Hörsaalbauten und das zentrale allgemeine Verfügungszentrum erweitert. Am 15. Oktober 1982 verlagerte sich der Zentralbereich durch einen Neubau, der nun Mensa, Bibliothek und Sportzentrum beinhaltet. Das Präsidium der Universität und einige weitere Verwaltungsbereiche sind 1999 in das Ökozentrum in direkter Nähe zur Uni gezogen. 2001 erfolgte die letzte bauliche Erweiterung durch ein Hörsaalzentrum und ein Institutsgebäude. Der Standort Wächleu wurde zeitgleich mit der Erweiterung des Standortes Hulhornsweg 1982 errichtet. Dort lehren und forschen die Mitglieder der Fakultät V. Mit der Einweihung am 10. Oktober 1994 befindet sich dort der Bau des Instituts für Chemie und Biologie des Meeres seit dem 20. September 2002 die Gebäude des Hörzentrums. Darüber hinaus befindet sich auf dem Campus Wächleu die Bereichsbibliothek für die naturwissenschaftlichen Fächer sowie für die Fächer Mathematik und Sport. Der Botanische Garten stellt auf einer Fläche von ca. 3,7 Hektar die verschiedenen Klimazonen der Erde dar. Er geht auf das Jahr 1882 zurück in dem ein Lehrgarten für das Lehrerseminar Oldenburg angelegt wurde. Mehr als 1000 Arten sind aus der Flora Norddeutschlands zu sehen, ca. 300 verschiedene sukkulente Pflanzen in einem Schaugewächshaus. Neben einem Arznei- und einem Bauerngarten ist auch ein lebendes Hochmoor vorhanden. Neben dem Standort Philosophenweg gibt es den nicht öffentlichen Standort Kübkasweg. Dieser wurde 1984 in Betrieb genommen und bietet eine Fläche von ca. 1,5 Hektar. Hier werden Pflanzen angezogen und kultiviert, welche zur Forschung und Lehre aber auch für den öffentlichen Teil des Botanischen Gartens am Philosophenweg dienen sollen. 2007 feierte der Botanische Garten Oldenburg sein 125-jähriges Jubiläum. Schwerpunkte Die Universität wurde in den 1970er Jahren bekannt durch das besondere Konzept der einphasigen Lehrerbildung. Sie zeichnet sich auch heute durch ein starkes Profil in der Lehrerbildung aus. Sie verfügt bei den Studiengängen über alle Lehrämter. Auch die fachdidaktische Lehr-Lernforschung mit dem Primociens-Programm Didaktische Rekonstruktion genießt hohes Ansehen. Die Karl-von-Ossetzky-Universität hat schon 1995 mit der RSA eine der ersten universitären Lernwerkstatt-Einrichtungen gegründet. Weitere besondere Schwerpunkte in der Forschung liegen in der Informatik, der Akustik, den regenerativen Energiequellen mit dem internationalen Studiengang Renewable Energies der Geschlechterforschung sowie der Neurobiologie. Zudem stellte die Universität mit Beginn des Wintersemesters 2005-2006 sämtliche Studiengänge auf die im Bologna-Prozess projektierten Bachelor- und Masterstudiengänge um. Sie ist damit eine der ersten Universitäten Deutschlands, die diesen Schritt durchführten. 2012 war die Universität im Rahmen der Exzellenzinitiative mit ihrem Exzellenzcluster-Antrag Kiering 4 All-Erfolgreich. Der mit einer Fördersumme von 34 Millionen Euro beantragte Cluster hat das Ziel, die Verbesserung des Sprachverstehens im Störlärm zu erforschen. An-Institute sind eng mit der Universität verbundene, rechtlich jedoch selbstständige Organisationen. Die Universität führt 14 An-Institute an. Das 1989 gegründete Institut gehört zum Geschäftsbereich des Kulturstaatsministers und berät die Bundesregierung in allen Fragen, die Kultur und Geschichte deutscher Minderheiten in Osteuropa betreffen. ECO berät Firmen in den Bereichen Management, Marketing und Kommunikation und kooperiert eng mit den Lehrstühlen der Betriebswirtschaftslehre von Reinhard Priem und Thorsten Rabe. Expressfonds Nordwest, das 1996 vom Physiker Bürger Kollmeier und dem Evangelischen Krankenhaus Oldenburg gegründete Institut beschäftigt sich mit Anwendungen der Akustik für medizinische Anwendungen, insbesondere der Hörgeräteentwicklung. IBE Wolfgang Schulenberg Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung e.V., das 1986 von der Universität und Verbänden der niedersächsischen Erwachsenenbildung gegründete Institut dient der Fortentwicklung der Erwachsenenbildung durch Kooperationen mit der Wirtschaft, der Qualifizierung für neue Technologien und der Qualitätssicherung. Daneben wird ein Archiv zur Geschichte der Erwachsenenbildung aufgebaut, ins Integration durch Sport und Bildung e.V. Das Institut fördert die ökonomische Bildung an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland und in Ländern in Mittel- und Osteuropa. Dies schließt die Lehrerfort- und Weiterbildung ein. Das ISN fördert die Vernetzung von wissenschaftlichen Informationen auch durch Entwicklung und Betrieb von Fachinformationsportalen im Internet. ITAP Institut für Technische und Angewandte Physik GmbH Der Schwerpunkt der Arbeit dieses Instituts ist die technische Akustik, wozu Emissionsschutzbau und Raumakustik. Entsprechende Messtechnik und Schalluntersuchungen bei der Nutzung der Windenergie gehören. Next Energy EWE Forschungszentrum für Energietechnologie e.V. Die 1999 gegründete LTP GmbH befasst sich mit der Messung von thermophysikalen Stoffeigenschaften für die chemische Industrie. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit dem Lehrstuhl für Technische Chemie im Institut für Chemie, Office Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatikwerkzeuge und Systeme e.V. Parisi Photovoltaik GmbH Die Arbeit dieses Instituts umfasst die Erfassung wissenschaftlicher Literatur und deren Bereitstellung als Quellensammlung. Das Institut wird von Freier Hoffmann geleitet. Kulturprogramm Das Studentenwerk Oldenburg betreibt seit 1985 dk Sekunden Unicum und Unititer. Seit dem Juli 1997 nutzt die zu dem Zeitpunkt gegründete Oldenburger Universitätstheater GmbH Das Unicum, studentische und freie Theatergruppen sind in ihr organisiert. Seit 1993 zeigt das Studentische Kino gegen Lichtfilmvorführungen in der Alten Aula im Sommersemester auch auf dem Campus als Freiluft-Aufführungen. 2001 entstanden als ein weiteres Projekt die Oldenburger Kurzfilm-Tage Zwergwerk, Mensen. Das Studentenwerk Oldenburg betreibt sowohl auf dem Campus Uhl-Hornsweg als auch auf dem Campus Wechler je eine Mensa. Die Mensen sind seit Januar 2004 nach der EG Öko-Verordnung mit dem Bio-Siegel zertifiziert. In der Hauptmense am Uhl-Hornsweg stehen jeden Tag vier verschiedene Gerichte, teilweise selbst zusammenstellbar, zur Auswahl. Zusätzlich bietet das Kulinarium eine Auswahl an qualitativ hochwertigen, selbst zusammenstellbaren Gerichten zu etwas höheren Preisen an. Nachdem die Mensa am Uhl-Hornsweg 2001 in den Umfragen der Zeitschrift Unicum für Geschmack noch den ersten Platz belegte und in der Gesamtbewertung auf dem zweiten Platz landete, ist die Essen-Ausgabe des Studentenwerks in der Umfrage 2005 nunmehr beim Geschmack auf dem 14. und im Gesamtergebnis auf dem 20. Platz zu finden. Im Jahr 2008 schaffte es die Mensa am Uhl-Hornsweg wieder auf den zweiten Platz der Gesamtwertung und wurde Sieger im Bereich Geschmack. Zusätzlich zu den Mensen betreibt das Studentenwerk am Uhl-Hornsweg eine Cafeteria. In Wechler nimmt die Mensa außerhalb der Essensausgabezeiten diese Funktion ein. Verfasste Studierendenschaft. Als Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts ist die verfasste Studierendenschaft im Rahmen der studentischen Selbstverwaltung die Vertretung aller eingeschriebenen Studierenden gegenüber der Hochschule, der Hochschulleitung und der Öffentlichkeit. Die Studierendenschaft in Oldenburg vertreten durch den Aster nimmt neben einem breiten Spektrum an politischen Aktionen die Verwaltung des Semestertickets, des Eltern-Kind-Raums die Aufgaben der BAföG-Beratung, der Darlehensvergabe und die gemeinschaftliche Anschaffung von ökologischem Studienbedarf wahr. Darüber hinaus wird vom Aster jährlich der autofreie Hochschultag und in Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung und weiteren Teilorganen das internationale Sommerfest organisiert. Preise. Die Karl von Osjetzky Universität vergibt jedes Jahr den nach dem deutschen Nobelpreisträger benannten Klaus von Klitzing Preis für besonders engagierte Lehrpersonen in den Naturwissenschaften in Kooperation mit der EWE-Stiftung. Das Preisgeld beträgt 15.000 Euro. Davon müssen 10.000 Euro für ein schulisches Projekt verwendet werden. Die Universität verleiht jährlich zum Tag der Chemie an Schüler umliegender Schulen den Angelus Salah-Preis. Mit diesem Preis werden Schüler ausgezeichnet, die im Fach Chemie herausragende schulische Leistungen in der 10. Klasse vollbracht haben. Er wurde nach dem Arzt und Naturwissenschaftler Angelo Salah benannt. Der Astalkologie-Referat des OnStar erhielt 1998 den Oldenburger Umweltschutzpreis für die Initierung des Semestertickets, welcher mit einem Sachpreis in Höhe von 1.000 Deutsche Mark honoriert wurde. Im Jahr 1994 wurde der Informatiker Ernst Rüdiger Olderock gemeinsam mit seinem Kollegen Manfred Breu mit dem mit 3 Millionen DM dotierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der DFG ausgezeichnet. Siehe auch, Liste der Hochschulen in Deutschland, Liste der Studenten- und Schülerverbindungen in Oldenburg, Universitätsbibliothek Oldenburg.